Hallo allerseits! Hier findet ihr einen weiteren Beitrag von Autodoc Video Tutorials zum Ersetzen von Autoteilen. AUTODOC empfiehlt. Verwenden Sie den Kabel Nr. 16. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 8. Entfernen Sie Sie die Schrauben des Bühneres. Ersatzteile können Sie bei uns auf unserer Webseite oder in der Autodoc-App kaufen. 5. Engelde die Bremsschrauben und an der Abfalle an der Abfalle. 6. Schrauben Sie den Achsschrauben und an der Abfalle an. 7. Schrauben Sie die Steckdack für die Bremsschrauben und an der Abfalle an. Anordnen Sie die Abfalle an den Abfalleinstellungen. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Entfernen Sie die Würde fest. 14. Entfernen Sie die Würde fest. 15. Entfernen Sie die Würde fest, welche Kruppen der Wack imiktieren. 16. Entfernen Sie den Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19. Danke fürs Zuschauen. Bitte hinterlasst einen Kommentar, wenn euch dieses Video gefallen hat. Folgen Sie uns in den sozialen Medien. Finden Sie uns auf Instagram und TikTok. Bis zum nächsten Mal.